Hallo, ich grüße dich. Wie schön, dich hier zu sehen. Ich möchte kurz mich und meine Arbeit vorstellen, damit du weißt, was dich erwartet und ob es das ist, was du suchst. Mein Name ist Iris Ludorf, ich bin Friedensberaterin und meine Mission ist es, Menschen zu stärken. Viele Menschen haben Traumatisches erlebt, auch ich. Und trotzdem habe ich erlebt, dass das Leben lebenswert ist. Ich habe gelernt, dass alles, was ich erlebt habe, mir geholfen hat, in eine Kraft zu kommen, die nicht möglich gewesen wäre, ohne diese Erfahrung. Und wir haben immer die Wahl, in dieser Ohnmacht zu bleiben, zu verharren oder aus ihr darüber hinaus zu wachsen. Und in unsere Kraft zu kommen und in Frieden zu leben. Ich habe gelernt, dass alles, was ich erlebt habe, all das Traumatische, dass das für mich die Ausgangslage war. Von der aus ich die Wahl hatte, entweder dort zu bleiben oder es zu nehmen quasi als Futter, als Dünger, um darüber hinaus zu wachsen, um es zu nehmen und in mir stark zu werden. Und wirklich das Leben im Hier und Jetzt anzunehmen und nicht in der Zeit zu bleiben, in der es passiert ist. Wir sind hier, um Lebensfreude zu lernen und zu leben und Frieden in uns zu fühlen und zu leben. Und das ist nicht immer einfach. Ich mache dir da nichts vor, das weißt du selber. Und doch ist es sowas von wichtig und wert. Und meine Erfahrung, ein Gespür für diese Alltagsmomente zu bekommen und sie zu nutzen, um in diesen Momenten Ja zu mir zu sagen, statt wieder Nein. Und dadurch Schritt für Schritt das Leben zu kreieren, das ich leben möchte, indem ich mich wohlfühle, diese Erfahrung gebe ich weiter. Und unterstütze dich dabei, dass du deinen ureigenen Weg aus deinem Trauma in dein Leben gehst. Entweder persönlich, in Einzelterminen, in Aufstellungen oder auch anderen Gruppenangeboten. Du kannst dir aber auch ganz viele Videos von mir auf YouTube anschauen, die ich zu den verschiedensten Themen aufgenommen habe. Wenn du diese Schritte lieber mit dir alleine gehen möchtest, habe ich dafür bislang drei Bücher geschrieben, zwei Kartendecks kreiert. Es gibt Postkarten für die kleinen Impulse zwischendurch. Es gibt auch einen Jahreskalender, der dich durch das Jahr begleitet. Wenn ich und oder meine Angebote dich ansprechen, freue ich mich jetzt schon darauf, von dir zu hören. Und bis dahin dir und sag immer wieder Ja zu dir. Tschüss.